Dass der Mann von heute untenrum keinen Busch mehr trägt, das ist sicherlich jedem klar. Aber ob der Mann von heute seinen Vorgarten da unten in Anführungsstrichen nur zurechtstutzt oder seine Kronjuwelen da unten Blitze blank hält wie ein Babypupo, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Egal für welche der beiden Varianten du dich persönlich für deinen Private Job da unten entscheidest, wenn es um das Thema Intimpflege für Männer geht, dann kommt man an der Brand Manscaped einfach nicht mehr vorbei. Das heutige Video ist eine Zusammenarbeit mit Manscaped, die Brand, die das Thema Intimpflege für Männer salonfähig gemacht hat, mit ihren Ads eigentlich auch schon fast sehr, sehr populär, wenn nicht sogar schon legendär gemacht hat. Das sind meine Kronjuwelen. Siehst du, wie glatt sie glänzen? Heute schauen wir uns gemeinsam das neue Performance Package 5.0 Ultra an und schauen einfach mal, wie es uns bei der Pflege rund um den Klingelbeutel da unten helfen kann. Falls du dich an dieser Stelle schon für die Produkte von Manscaped interessierst, dann habe ich jetzt direkt eine Info für dich. Mit meinem Gutscheincode DanielQuarter erhältst du 20% Rabatt auf deine Bestellung. Du bekommst kostlosen Versand und auch nochmal zwei Geschenke extra. Mehr dazu im Laufe des Videos. Alle Informationen dazu findest du aber unten in der Box. Also, falls du was bestellen möchtest, nutze auf jeden Fall den Code, um da etwas zu sparen. Die Produkte des Performance Package 5.0 Ultra kommen natürlich, wie man das von Manscaped so kennt, in einem hervorragenden und durchdachten Packaging und deshalb eignet sich das Paket, by the way, auch ideal als Geschenk. So Leute, jetzt starten wir mit dem Herzstück des Packages und zwar den Rasenmäher, der deine Rasenkante auf jeden Fall zum Erliegen bringt, der neue Lawn Noir 5.0 Ultra. Das ist die nächste Generation Dual Skin Safe Klingenköpfe, jetzt begleitet von einer verbesserten Trimmerklinge und einer austauschbaren Folienklinge für verbesserte Leistung. Die neue verbesserte Trimmerklinge verfügt über längere, breitere und abgerundete Zähne, die das Haar mühelos durchschneiden. Haar zum Haar und dennoch unglaublich sanft zur Haut und genau so sollte es sein. Im Lieferumfang des Packages sind außerdem drei verschiedene Kämme enthalten, ein statischer Aufsatz mit 1,4 mm und zwei verstellbare Kämmeaufsätze, sodass du insgesamt sieben verschiedene Längeneinstellungen hast plus die Folienklinge dazu. Und Leute, an dieser Stelle wird es interessant, denn man hat nämlich die Möglichkeit bei diesem neuen Gerät, dass man die Klinge einfach austauschen kann, indem man die Klinge einfach nach vorne runterdrückt und dementsprechend die neue Folienklinge dann wieder draufsetzen kann, indem man es einfach von hinten nach vorne rüberklappt. Und mit dieser Folienklinge kannst du jetzt die Haare rund um deine Familienplanung herum bis auf Hauptniveau herunter trimmen. Und dank der bidirektionalen Klinge werden die Haare zum einen angehoben, getrimmt und wirklich bis auf die Haut entfernt. Das Gerät verfügt über zwei Knöpfe. Zum einen gibt es den One-Touch-Start-Button und zum anderen einen Multifunktions-Button. Und beim Drücken des Multifunktions-Button kannst du zwischen zwei unterschiedlichen Lichteinstellungen wählen, speziell konzipiert für unterschiedliche Hauttypen. Und hier unterwegs drückst du den Multifunktions-Button einfach ein bisschen länger, hältst ihn einfach etwas länger gedrückt, damit der Travel-Log eingeschaltet ist und du keine Sorgen haben musst, dass der Trimmer auf Reisen plötzlich anspringt und du später keinen Akku mehr hast. Und Leute, ich sag's euch, egal was du mit dem Gerät trimst, deine Brusthaare, deine Achselhaare, deine Beine oder deine zwei kleinen Freunde da unten. Mit dieser Waffe bist du auf jeden Fall für jede Situation hervorragend ausgestattet. Kommen wir jetzt zu den laufenden Funktionen des Gerätes. Als erstes die dreistufige Batterieanzeige gibt einen Echtzeiteinblick in die verbleibende Leistung. Und zum Laden hat man direkt mal zwei Optionen. Einmal das Laden mit einem USB-C-Kabel oder Laden via Induktion auf einem geeigneten Ladepad. Und ein Merkmal bleibt tatsächlich unverändert und das ist die Wasserdichtigkeit. Heißt, wir können dieses Gerät auch problemlos unter der Dusche verwenden, was wirklich ein enormer Pluspunkt ist. Das Herzstück des Performance-Packages hat sich auf jeden Fall geändert. Und jetzt schauen wir uns mal den Rest des Packages an. Ebenfalls im Package enthalten ist der Nasen- und Ohrenhaartrimmer namens Weed Wacker, der tatsächlich eine Akkulaufzeit von einer ganzen Halbzeit, sprich von 45 Minuten hat. Und Leute, sind wir mal ehrlich, ab Anfang 30 braucht wirklich jedermann so ein Gerät, denn da wuchert das Unkraut wirklich derbe an diesen Stellen heraus. Und wenn man sich so einen Nasen- und Ohrenhaartrimmer das erste Mal in die Nase oder in die Ohren steckt, dann fühlt sich das natürlich erstmal so ein bisschen komisch an. Aber Leute, macht euch keine Sorgen, dank der Skin-Safe-Technologie wird euch da nichts passieren. Und das ist wirklich nur Gewohnheitssache. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das auch wirklich gar nicht mehr ungewohnt. Sondern eigentlich nur noch wie so ein kleiner Boxenstopp beim Reifenwechsel bei der Formel 1. Und wie man das von Manscaped kennt, sind natürlich auch noch passende Pflegeprodukte in dem Kit enthalten. Zum einen eine passende Aftershave-Lotion, damit deine Kronjuwelen nach der Rasur fresh und gepflegt sind. Als auch ein passendes Deo für den Intimbereich, damit unten herum deine Trompete samt Peniskartoffeln auch immer extrem gut riechen. Und natürlich nicht zu vergessen die Magic Matte, die deine Buschhaare beim Durchforsten deines Dschungels passend aufhängt. Und Leute, wie man das von Manscaped in ihren Performance-Packages kennt, gibt es natürlich auch noch zwei passende Geschenke mit dazu. Erster Geschenk ist das Boxer 2.0. Und Leute, das sind keine gewöhnlichen Boxershorts, sondern diese Boxershorts sind wirklich auf den absoluten ultimativen Komfort ausgelegt. Mit dem passenden Juwelenbeutel, der mit atmungsaktivem Performance-Stoff ausgestattet ist, damit das beste Stück samt Familienplanung einen idealen Raum hat und immer passend an Ort und Stelle sitzt. Und ohne Spaß, Leute, die Dinger sind wirklich super komfy. Und wir brauchen natürlich auch noch einen Ort, wo die gesamte Pflegeausrüstung organisiert und einsatzbereit aufbewahrt wird. Und das ist in diesem Fall ein Kulturbeutel, der Shad 2.0. Den gibt es ebenfalls als Geschenk kostenlos mit dazu. Also Leute, das alles ist in diesem Performance-Package 5.0 Ultra enthalten. Und braucht man diese ganzen Produkte? Nein, natürlich nicht zwingend. Aber wenn du deine Intimpflege auf das nächste Level heben möchtest oder falls du jemanden kennst, der tatsächlich unten noch Busch trägt, dann check dieses Performance-Package einfach mal aus bzw. teile das Video dann liebend gerne auch mit dieser Person, die unten noch Busch trägt. Und bitte daran denken, mit meinem Gutscheincode Daniel Korte bekommst du 20% Rabatt, kostenlosen Versand und noch diese zwei Werbegeschenke mit dazu. Also Leute, das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt auf manscaped.com gehen und das Ganze mal auschecken. Und wenn du jetzt mir aus irgendeinem Grund in dieser Angelegenheit nicht vertraust, kein Problem, dann schließ dich einfach den 10 Millionen Männern weltweit an, die Manscaped schon ihr Vertrauen geschenkt haben.